Yo Leute und damit herzlichst Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute das Let's Play weiter und ich denke ihr solltet alle wissen, was wir heute vorhaben, denn wie ihr seht, ich hab nicht genügend Eisen für die Lore, für unsere XP-Farm gehabt und deswegen werden wir uns heute auf den Weg machen und ein paar Hüllen erkunden, vielleicht finden wir auch einen Spawner, das wäre natürlich das Beste, was passieren könnte, aber mal sehen. Und auf jeden Fall alles Eisen mitnehmen, was wir können. So Leute, ich hab jetzt hier alles, ich hoffe mal das reicht, das wird aber reichen, ich hab kaum noch Holz, deswegen hab ich hier jetzt erstmal alle Setzdinge gesetzt an Bäumen, die wir irgendwie haben. Vielleicht finden wir auf dem Weg oder dann bei der Erkundung auch noch was und ich würd sagen, ich mach mir noch ganz kurz so ein Boot und dann machen wir uns mal auf die Suche nach einer Höhle, denn heute will ich ja nicht Stripmine gehen, so richtig, sondern einfach Höhlen erkunden, weil da gibt's natürlich mehr Eisen, als wenn ich jetzt Stripmine. Boah, ich bin schon so hyped auf diesen Moment, wenn wir an der Farm stehen, die Pigments auf mich aggressiv werden und dann einfach auf mich zulaufen und die ganze Zeit am Strang stemmen und unsere Level hochschießen werden, wie sonst was. Wenn ihr euch überlegt, ich hab da jetzt seit, lass mich nicht lügen, 10 Folgen drauf hingearbeitet, glaub ich, wenn nicht sogar mehr als 10 Folgen und das endlich zu erreichen ist, auch mal wieder, also keine Ahnung, ich fange immer irgendwie die Bauprojekte an und mach und tu, dass sie auch fertig werden, aber irgendwie denke ich die Projekte nie zu Ende und denke nie, was dahinter eigentlich alles für Arbeit steckt, sondern denke aber, ich hab den Stuff, den ich dafür brauch, was halt überhaupt nicht so ist, leider. Und mir fällt grad auf, dass ich absolut vergessen hab, mir mein Schild mitzunehmen oder zu machen und ich jetzt hier einfach ohne Schild rumrenne, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich hoffe mal jetzt nicht, dass wir auf 10.000 Skeletten stoßen, aus dem hab ich ja gute Rüstung, die sollte uns, denke ich, ganz gut schützen. Und alter, was sind das hier schon wieder für Standruckler? Also ich hab vor, auf jeden Fall so zwei Stacks vielleicht schon Eisen zu farmen, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, mal gucken. Hängt ja jetzt auch ganz davon ab, wie viel Glück wir in den Höhlen jeweils haben. Oh, und guck mal, hier waren wir in der ersten Folge in der Höhle. Oh, hallo. Stimmt, hier haben wir, da unten haben wir irgendwo unsere ersten Ligas gefunden. Ach, gute Zeit. Einfach schon 30 Tage circa her. 30 Tage, vor 30 Tagen waren wir hier einfach das letzte Mal. Das muss man sich mal vorstellen. So, Leute, da hinten ist die nächste Höhle. Ich hoffe wirklich und, oh, was ist das denn für ein Weltpark-M? Ich hoffe wirklich, wir haben da jetzt endlich mal mehr Glück. Weil die letzte Höhle war ja jetzt nicht wirklich die beste Ausbeute. Oh, hallo, liebe Spinne. So, schöne Höhle auf jeden Fall. Ist bisher nur eine Einbuchtung, aber ich glaube, hier geht's weiter. Also bisher sieht's mir nicht danach aus, allein wo die Höhle hinführt, dass es wieder eine große Höhle ist. Oder? Haben wir Glück? Haben wir Glück, geht's hier wieder runter? Es sieht nicht gut aus. Oh, komm schon. Okay, da ist der nächste Höhleneingang. Mal schauen, hoffentlich wird die endlich mal gut. Hä? Ja gut, hab ich gesagt, dass das eine schöne Höhle wird. Und alter, wie fucking groß ist bitte dieses Dschungel-Biom? Und da ist tatsächlich so ein Ding zum Looten. Ich möchte erwähnen, dass ich so ein Ding hier noch nie gelootet oder erkundet habe. Ich weiß nur, dass es hier auf jeden Fall Fallen gibt, wie die da. Haltbarkeit, aber mehr auch nicht. Da Pfeil. Danke. Danke. Ja, hier ist die Geheimschist. Oh, zwölf Gold, Eisen und eine Pferderüstung. Ist doch ganz okay. Und hier muss es doch bitte, lass das jetzt endlich mal eine gute Höhle sein. Hier ist ein Spawner. Lol. Lol, ist das... Das... Lol, das ist ein Skelettenspawner. Das ist ein Skelettenspawner. Ich hab's vorhin noch gecallt. Ich hab's vorhin einfach noch gecallt. Ja, moin. Ein Skelettenspawner. Das ist geil. Die Koordinaten screenshotten wir uns direkt. Dann haben wir jetzt schon Spinnen, Caves bei der Spawner und Skelettenspawner. Wenn ich mich nicht irre, fehlt nur noch ein Zombiespawner. Und dann müssen wir alle Spawner haben, die wir ausbauen können. Das ist heftig. Skelettenspawner ist übelst gut, weil da bekommen wir Knochen raus und können uns somit auch Knochenblöcke machen. Was mega ist. Komm, die Höhle hier muss doch jetzt mal ein bisschen größer sein als die letzten, die wir gefunden haben. Sie ist halt echt nicht größer, ich fass es nicht. Spawner schön und gut, aber wir haben jetzt, glaube ich, schon fünf Höhlen. Wir waren in fünf Höhlen drin, wo es nichts wirkliches zum Looten gab, sondern halt einfach nur so eine Drei-Block-Höhle gefühlt. Ein Wufi. Ja. Ja, hallo, Wufi. Oh mein Gott, ich hab... Lol. Ja, ich hab ein Wufi. Das war jetzt unbeabsichtigt, dass ich den Wufi bekomme. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen Eisen sammeln. So, komm, jetzt hier. Bitte mal eine größere Höhle, das wär echt episch. In der Zeit, wo ich jetzt hier unterwegs bin, nach wunderschönen Höhlen suche, äh, hätte ich wahrscheinlich um die zehn Stacks farmen können. Alter, yo. Endlich. Nach gefühlten Jahren haben wir das gefunden, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Und wo ist eigentlich mein Wufi? Der ist einfach weg jetzt, oder wie? Der kommt doch eigentlich mit, dachte ich. Der teleportiert sich doch hin und her, oder? So, Leute, wir sind jetzt hier. Wir haben jetzt... Ich hab jetzt die Höhle einmal durchgesucht. Ist nicht besonders. 4,52 haben wir jetzt. Ich würd so gerne mit 3, 4, 5, 6 vielleicht auch nach Hause kommen. Wisst ihr was? Ich bin jetzt hier auf Höhe 31 in der Höhle. Ich baue mich jetzt wirklich einfach in eine Richtung straight. Und hoffe, dass ich irgendwann irgendwie eine Höhle finde. Gerade muss ich sagen, dass mich das echt richtig abfuckt mit diesem Höhlen suchen. Und wir finden einfach nie irgendeine lange Höhle, die sich mal ein bisschen was hinstreckt, oder so. Nichts. Wufi! Wufi! Wo kommst du denn her? Hi, Dicker. Na? Alles gut? Wo warst du? Was hast du gemacht? Ja, hallo. Okay, ich höre Zombies. Sehr gut. Da. Da. Oh, ich glaub. Ich glaub, wir haben endlich mal eine gute Höhle gefunden. Also, wenn ich's gesehen hab, so wie ich da grad runter geguckt hab. Und danke, dass du mich angezündet hast. Nein! Wufi! Vorsicht! Vorsicht, Wufi! Pass auf dich auf, Alter! Pass wirklich auf dich auf, Wufi! Na, alles gut? Ja? Ich würd dich ja heilen, Wufi. Aber leider hab ich kein Fleisch dabei. Sonst hätt ich hier direkt was gegeben, Alter. Also, bisher sind hier die Eisenquellen richtig am Start. Ich hoffe, das geht so weiter und die Höhle bleibt auch ein bisschen groß, auf jeden Fall. Aber bisher sieht's echt, echt gut aus. Ich hätt einfach wirklich von Anfang an straight auf Höhe 30 meinen sollen, einfach geradeaus. Und gucken sollen, dass ich so eine Höhle finde, anstatt zu suchen. Ich glaub, das macht hier in der zerklüfteten Welt auch nicht wirklich Sinn, direkt nach Höhlen zu suchen. Und irgendwie ist das, Alter, hier sind so viele Mobs die ganze Zeit. Das ist echt krass. Und nein! Da ist mein Eisencreeper. Geh da weg. Oh, alles gut, Wufi? Geht's dir gut? Okay. Falls du dich ausruhen willst, Wufi, sag einfach Bescheid, okay? Okay, dann ruhen wir uns hier aus, Wufi, kein Problem. Aber du musst Bescheid sagen, okay? Wir sind ein Team, vergiss es nicht, Alter. Vergiss es wirklich einfach nicht. Ja, und wir finden... Also, bisher finde ich hier Eisernmast. Ich will sich wieder zu hoch loben. Am Ende ist die Höhle jetzt hier gleich wieder komplett vorbei. Und wir finden gar nichts mehr. Aber bisher sieht's echt, echt gut aus, so. Wenn es so weiter geht, dann brauchen wir nicht lang, um alles fertig zu finden. Und ich hab hier grad ein Skelett gehört. Danach werd ich jetzt gleich erstmal graben. Ach, hier ist schon die... Ist... Nee. Hier ist, glaub ich, schon wieder... Ah, hier ist... Nee. Hä? Doch, hier ist schon wieder außerhalb. Oh. Na, dann werden wir hier wieder abhauen. Ich will nicht raus aus meiner Höhle, Alter. Nein, Wufi! Wufi! Nein! Nein! Warum? Warum? Warum stellst du dich denn in die Lava? Ach, Wufi! Wufi! Warum stellst du dich denn einfach in die Lava? Och, du bist doch... Och, Wufi! Du inkompetenter... Du unkompetentes Stück, Alter! Och, Wufi! Ich werd immer an dich denken! Ich werd dich nie vergessen! Wissen wir auf jeden Fall schon, wo wir den... ...zweiten Grabstein hinbauen können für unser nächstes Tier, was gestorben ist. Man, er läuft aber auch einfach in die Lava und stirbt dort. Ich hab ihn nicht mal auf dem Bildschirm gehabt, ey. Er war nicht mal zu sehen. Er ist wirklich einfach straight up in die Lava. Und hier geht's ziemlich tief runter. Aber es sieht nach einer echt nicht schlechten Höhle... Oh, die Höhle! Die Höhle sieht sehr, sehr gut aus. Das hier ist sogar grad auch Dia-Höhe. Also, wenn wir Glück haben, finden wir sogar Dias in der Höhle. Mal gucken, mal gucken. So, Leute. Tatsächlich... ...hab ich jetzt schon fast vier Stacks an Eisen zusammen. Mal gucken. Dadurch, dass wir jetzt so eine große Höhle gefunden haben, endlich... ...werde ich hier jetzt auch noch nicht direkt rausgehen, wenn ich all meine... ...mein Eisen zusammen hab, was ich brauche. Ich werd hier auf jeden Fall noch ein bisschen weitersuchen, so. Dias! Dias! Ja, let's go! Einfach nochmal nebenbei ein paar Dias gefunden. So muss das. Und oh, wir müssen auf jeden Fall aufpassen mit dem Abbauen der Dias. Denn wenn ich mich nicht irre, müsste genau hier die Lava wieder anfangen. Okay, alles gut. Und das... Ich glaub, das sind sogar sieben Dias. Acht Dias sogar. Warte, war das eine neuner Quelle? Das war keine neuner... Ne, acht. Acht Dias, okay. Boah, hätten wir in den Glücks-3-Picke mitgenommen, wäre das natürlich alles ein bisschen geiler gewesen. So nebenbei, wisst ihr, ich wollte eigentlich Eisen farmen. Erstmal acht Dias als Loot gefunden. Leute, ich bin grad am überlegen, ob wir vielleicht einfach über den Neta dann nach Hause travelen. Weil im Neta sind ja acht Blöcke, die in der Oberwelt sind, sind ja im Neta nur ein Blöck. Das würde auf jeden Fall wesentlich schneller gehen, als wenn wir jetzt hier über die Oberwelt nach Hause travelen. Und Obsidian haben wir ja hier genug. Ist ja klar, durch die ganzen Lava-Quellen. Und ein Feuerzeug machen wir jetzt auch nicht das große Problem. So, und ein bisschen Obsidian habe ich sogar direkt über. Weil ich benutze einfach jetzt das hier direkt als... Als... Anfang, in Anführungszeichen. Und dann würde ich sagen, zünden wir das Portal an. Und ab geht's nach Hause, Alter. Hallo, lieber Neta. Aber ich hoffe wirklich, ich bete wirklich, dass wir hier jetzt nicht sterben. Und das ist halt wirklich nichts. Ich brauche mir nicht mal die Cordis aufrufen. Ich weiß sogar ungefähr, wo wir hin müssen. Und das liegt hier halt wirklich ganz in der Nähe. Ja, ich sag doch, ich hab die Cordis im Kopf, Alter. So, Leute. Dann haben wir sogar direkt einen Weg zu einer unerkundeten Stelle im Neta. Den werde ich hier direkt mal bauen. So, und dann geht's ab in den Neta. Äh, ab, ab, ab in den Neta, ab nach Hause. Und da sind wir wieder. Ja, hallo, getrautes Heim. Oh ja, der Water Melchie lief natürlich sehr gut. Und dann können wir sogar direkt den neuen Fahrstuhl benutzen. Ach, das ist so Luxus, wenn ich mir allein vorstelle, wie ich hier immer früher hochschwimmen musste. Also, wir müssen direkt erstmal auf jeden Fall die ganze Kohle aufteilen. Boah, ich hoffe, unsere Kohleblöcke reichen für das alles, was ich jetzt hier mache. Ich werde jetzt als allererstes erstmal gucken, was wir für Enchantments noch bekommen. So, auf den Boots bekommen wir Haltbarkeit 3 auf der Axt, Effizienz 4. Und auf dem Bogen Flamme. Flamme auf dem Bogen ist natürlich echt krass. Und ich nehme das jetzt einfach direkt. Stärke 4, Haltbarkeit 3 und Flamme 1. Damit haben wir unseren Stärke 5 Bogen auf jeden Fall sicher. Also, ich würde auf jeden Fall auf Schutz 4 gehen, weil ich auch noch keinen Schutz... Was? Kein Schutz 4 auf dem Helm, sondern nur auf den Boots, oder? Ja. Okay, trotzdem, ich gehe auf Schutz 4. Einfach nur, damit wir etwas haben. Und Schutz 4, Wasserläufer 3. Super Enchantments. Keine Frage, Alter. Ich würde jetzt noch ganz kurz das Schwert, oder mein Schwert hier, mit dem Haltbarkeit 3-Buch verbinden. Drei Enchantment-Levels. So. Dann haben wir das nämlich auch. Und dann verbinde ich direkt die Wasserläufer-Boots mit meinen Federfall- und Schutz-3-Boots. Dann haben wir Wasserläufer 3, Schutz 4 und Federfall 4. Ich glaube, es wäre sogar fast besser gewesen, hätten wir das Haltbarkeit 3-Buch darauf gepackt. Aber ich denke mal, das passt so auch. Dann haben wir nämlich all unsere Level jetzt auf jeden Fall schon wieder verbraucht. Und damit würde ich sagen, Leute, nebenbei berät alles. Ich hoffe, euch hat die kleine Farming-Folge gefallen. War alles wieder mal ein bisschen verpeilt und ich habe wieder mal nichts gefunden. Und morgen um 17 Uhr geht es dann ran, die Farm im Neter endlich zu beenden und den Level-Schwung des Todes zu bekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao. Nein, Wuffi! Wuffi! Nein! Nein! Warum? Warum? Warum stellst du dich denn in die Lava?